Einer muss ich noch tun. Jetzt zählen auch die Spieler die Sekunden runter und das Publikum erhebt sich. Auch die Spieler stehen auf. Jetzt ist es soweit. In diesem Jahr ist alles anders. Jetzt ist es soweit. Russland ist Eishockey-Weltmeister 2012. Das Team von Sinetullah Biljaletinov schlägt die Slowakei mit 6 zu 2. Das Kanada ausgeschaltet, die Tschechien ausgeschaltet. Und das, wie sagen wir es jetzt mal so, ein erstes Ritual mithalten mit Russland. Dann hast du den Zug wirklich zu schnell gesehen. Oh, und da wird der Coach gefeiert. Da kann er sich von schreiben, wenn ein russischer Nationalcoach so von den Spielern auf Händen getragen wird. Aber ich habe noch etwas anderes beobachtet. Die Slowaken, die ziehen sich hier alle. Also auch zwei, die heute dabei gewesen sind. Beste Stürmer, Jevgeni Malkin, Patrick Thoresen der Norweger und Hendrik Setterberg der Schwede. Und hier auch der MVP dieser Weltmeisterschaft, Jevgeni Malkin. Ein besser Stürmer, MVP, Weltmeister und Topscorer. Alles hat er abgeräumt. Jedes Mal an der Weltmeisterschaft. Wenn sie zusammenkommen mit dem russischen Shirt, dann weckt das eben auch bei ihnen viele Emotionen. Ja, es zeigt sich immer wieder, dass wirklich die absoluten Topcracks eigentlich immer wieder... ...die Ersatzkohle und hier kommt Pavel Daciuk. Eine ganz wichtige Leaderfigur. Ja, Sinetullah Bilaletinov, der Coach, der hat sechsmal die Goldmedaille gewonnen als Spieler mit der Sowjetunion. Gefehlte die WM 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 und dreimal ist der Weltmeister geworden. Und jetzt geht die Party der Russen so richtig los. Ja, und diese Party wird garantiert lang gehen heute Abend, das ist ganz sicher. Und natürlich wird jeder irgendwie ein kleines Stück von diesem Pokal jetzt haben und ein bisschen berühren. Das ist ganz sicher. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. Und wir sind die Champions. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wartarische Linie Wartarische Linie